Heute gibt es wieder eine Bestrafung. Wir sind zurück auf Fußballplatz. Ich bin Lars, der blaue Ranger und ich bin Lukas. Freunde, wen haben wir da? Der Jan ist wieder am Start. Der Vermittler des Vertrauens. Wie geht es dir, mein Freund? Alles gut, danke. Ich auch. Er hat uns heute mal wieder einen neuen Ball vermittelt. Ihr kennt ihn alle, den Overpowered Curveball. Aber da ist ja gar keine Luft drin, Freunde. Irgendwie ist die Luft rausgegangen. Ach, er hat uns doch was anderes vermittelt, Freunde. Ein Heliumtank. Das heißt, auf euren Vorschlag hin befüllen wir heute den Overpowered Ball mit Helium. Das ist ja doppelte Verrücktheit. Ich glaube, der wird richtig krass liegen. Und dann testen wir, wie die Flugkurve gegen einen normalen Ball ist. Oh, normale Luft. Die haben wir gerade aufgepustet. Wie in deinem Kopf. Willst du nicht erst mal bestätigen, dass es auch wirklich Helium ist? Das ist doch Elis Aufgabe, oder nicht? Der ist doch auf Bausteller. Ach so. Ich glaube, du musst das machen. Wie macht man sowas? Du musst das so hoch. Und dann ein bisschen in deinem Lied. Und in deine Muhl. Bausteller. Okay, scheinbar kein Helium drin. Kein Helium. Abwischen von Muck. Richtig, danke. Sibbit. Aha. Ja, da ist Helium drin. Okay. Okay. Und dann halten wir den Ball. Du musst die Helium rein. Abfahrt rein da. Jetzt platzt hier. Jawoll. Guck dir das mal an, Alter. Der fliegt schon ganz anders, Alter. Let go, Leute. Drei Challenges. Bist Bescheid. Normaleres Helium Ball. Lachst ein Leiklar. Auf Ehre. Und leh. Go. So, Freunde. Wir fangen an mit der ersten Challenge. Die heißt Freistöße. Einmal mit dem overpowerten Helium Curve Ball. Und einmal mit dem normalen Fußball. Ihr wisst Bescheid. Der blaue Ranger darf heute anfangen. Dann zeig mal, wie man es nicht macht. Jetzt gibt es nochmal einen Ball. Der blaue Ranger. Jetzt achtet auf die Flugkurve. Boah, oh mein Gott. Oh mein Gott. Was war da los? Mit reingewallert den Can. Was war da los, Can? Du warst so in dieser Richtung unterwegs. Can ein bisschen Aussetzer. Du warst so, wow. Ronaldo. Der echte. Der echte. Guten Tag, der echte. Und ich schieße jetzt zweimal nach rechts oben. Mal sehen, wo der Unterschied ist. Vielleicht beide Winkel. Vielleicht beide daneben. Ja, wahrscheinlich beide daneben. Egal. Jetzt kommt ein richtiger Roni. Bye, have a great time. Oh Gott. Da hat der Curve gefehlt, Freunde. Aber du hast gedacht, du würdest den Curve Ball schießen, oder? Ah, jetzt kommt erst der Curve Ball. Super. Gib diesem jungen Mann ein Award. Ein Award. Ein Award. Für den besten Fußballspieler auf diesem Feld. Der Ball ist overpowered und auch overn Zaun. Boah. Der zieht direkt durch jetzt. Boah. Da ist die Luft mit rausgekommen, du. So, Freunde. Volle Konzentration heißt es jetzt. Zwei Schüsse, zwei Tore. Boah. Okay. Oh. Nummer 1 ist schon mal drin. Schönes Ding, ja. Jetzt bitte im Kopf. Ah. Der erste Durchgang lief erstaunlich gut. Was für erstaunlich eigentlich so, wie erwartet. Deswegen der Zeit jetzt genauso. was war das für eine parade bitte fast nicht brauchen wir an dieser stelle nicht wenn du dieses video sie der ball ist so crazy ich wirklich dachte gibt rechts oben ich war schon unterwegs aber jetzt muss ich auch mal wirklich ich halte die ganze zeit wie christian auch nicht wie schön war der so dringend gesehen nein jetzt muss der köln voll wieder die kraft geben nein nein das soll nicht sein so freunde runde nummer zwei hauen dem blauen power ranger mal ein paar bellungen um die oren boah der blaue power ranger ist da oh mein gott wie hast du das gemacht wie hast du das gemacht ich weiß nicht so freunde der letzte durchgang hier jetzt noch mal schön gas geben jetzt habe ich noch mal beide rein das kann nicht sein alter was haben wir hier für ein feld schon wieder jetzt kann doch nicht sein kappe total dreckig egal das gleichgewicht muss hergestellt werden so jetzt habe ich die karte jetzt kommen oh mein gott kann nicht sein freunde dritte latte was ist denn hier los zu viel helium im kopf jetzt einmal durch nase egal das geht ausgleich ist da oh mein gott wir haben ja noch zwei andere challenges jetzt geht es erstmal in die volle und was wir vergessen haben zu sagen heute gibt es ja eine bestrafung und zwar für den der am wenigsten tore schießt das bin ich momentan der kriegt am ende also bleibt dran freunde für euch nur die besten tore oder nicht oder nicht hat dir schon gefangen hat dir schon gefangen ich hätte nicht gedacht dass ich mein erstes und einziges tor tatsächlich mit dem heliumball schieße ich hasse den wow tötet den ja machst du den hier Can ich habe dir auf volle genommen hier 3-3-1 ich muss jetzt am besten bei drei machen um dran zu bleiben wow 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 ich hab schon Angst gehabt dafür Maschallah aber mach nicht nochmal weil sonst jetzt mach ich mit dem normalen Bayern-Tank aber ich mach mit dem normalen Bayern-Tank Oh Nein Blut Oh John Hinder Boah jetzt John kriegst eine Bombe Oh Ja Mischen lassen mit dem ey Freunde das ist die Holzzie-Taktik schön ein dreckiges Tor links unten und dann die anderen verletzt Oh mein Gott, der Fass ist auch noch! Christiano! In der neuen Saison wollen wir auch solche Tore sehen, Christian, du weißt Bescheid. Oh, 4-4-2, ich muss wieder beide treffen, um auszugleichen. Alter, was machen die hier? Jetzt Ronny! Das war die Taktik, das war die Taktik! Ich hab jetzt den normalen Ball genommen und er flutscht rein! Mach beide auf einmal! Nein, komm! Ich vertraue dir jetzt! Nimm erstmal den Einfacher, nimm erstmal den Körper! Okay! Cylindly Incredible! Das kann doch nicht sein, Alter! Es kann doch nicht sein! Freunde, jetzt! Der Unmögliche! Ich sag doch! Ballrückzieher, meine Kunst, Freunde! Ihr wisst Bescheid! Freunde, auf in die dritte Challenge! Mal wieder Tor-Abschluss-Reaktion mit dem Overpower. Ein Helium-Curveball und der normale Ball! Round 3! Das war Tor Nummer 5, Freunde! Dann hab ich mich eingeholt! Ja, aber ich hab ja jetzt mal mein Versuch. Bitteschön werfen und dann mach ich die auch rein! Das ist klar! Oder auch nicht! Es geht nur noch darum, wer Arschballern kriegt! Can oder ich! Ich muss ihn jetzt einholen! Oh! Wow! Auge! Maul! Lappen-Challenge geht an mich, Freunde! Danke! 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 1, 2, 3! Ja! Schönes Ding! Mülla, Mülla, Mülla! Mülla, Mülla! Mülla, Mülla! Aber guck mal, diese Haare! Wenn du so läufst, Alter! Wie so Baywatch, Alter! Diese Haare hier! Achtet drauf, Freunde! Acker erlauben! Ist bei mir auch? Ist bei mir auch? Ist bei mir auch? Bewegt sich da was? Wer war denn schlecht? Der war... Selbst wenn jetzt beide Treffen kann ich nicht mal ausgleichen, weil die Jungs da sind echt kleine Fettsäcke. Also Fettsäcke. Auch Fettsäcke, aber Fettsäcke. Nope! Boah! Was? Geh verkaufen, Alter. Steh dir schon mal fest, dass ich Arschballern kriege. Ich glaube jetzt wieder an der Stelle benden, Alter. Ich hasse diesen Helium Curveball. Ja, aber hättest du für jede Latte einen Punkt gegeben? Boah, dann hättest du jetzt auch noch sieben, Alter. Dann hoffe ich einfach mal, dass ihr mit dem Curveball genauso gut meinen Arsch nicht trefft, wie ich die Latte. Doch, doch, das schaffen wir. Wir geben alles, ne? Hey! Hey! Tango down. Da war nur die Echte. Ich hab die Linke, du hast die Rechte. Geil gemacht, Alter. So, Freunde. Der Ball wird auf jeden Fall erst bei 10.000 Likes jemals wiederkommen von unserem Kanal. Also lasst einen Daumen hochklacken. Und dann wieder schön auf Ärsche gebollt. Schaut bei Junkie vorbei, John Agency. Danke, dass du dabei sein durfte. Gerne, gerne, gerne. Ich geh jetzt bitte für meinen Arsch kühlen. Wisst Bescheid, Freunde. Wisst Bescheid, Freunde. Lasst ein paar Likes da. Wir sehen uns im nächsten Video. Und lasst auch noch ein Abo da. Wir farei mit der Fahrer Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.